Wir sind Fabian Lundfretz, ein Animationsstudio aus Hamburg und wir machen 2D, 3D, Stop-Motion und VR-Filme, die schon vielfach ausgezeichnet wurden. In dem Film geht es um Angst im Dunkeln. Gerade in Kombination mit dem Bild wird es der MRS richtig spannend. Der Ton kann das richtige Gefühl erzeugen, wenn beide Welten zusammenkommen, dann funktioniert es. Jedes Projekt bringt ja neue technische Herausforderungen mit sich und unsere Pipeline muss das aushalten. Die muss sehr flexibel sein und im Prinzip dauerhafte Performance ohne Kompromisse liefern. Daher arbeiten wir mit Nvidia Studio zertifizierter Software und einer XMG Workstation, die genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und die haben wir uns mit dem Konfigurator von Bestware, dem Partner von XMG, zusammengestellt. Und dort gibt es maximale Wahlfreiheit von hochwertigen Komponenten und das System wird auf reibungslose Kompatibilität und Funktion geprüft. Alles läuft und es gibt keine nervigen Problemchen. Die Trinity X Workstation kam blitzschnell aus Leipzig. Dort bei XMG, das spürt man, dass halt alles unter einem Dach passiert. Von der optimalen Beratung über die Herstellung bis hin zur Lieferung und zum Service. Alles greift perfekt ineinander. Das Gehäuse ist komplett aus Stahl und Aluminium gefertigt und an den Seiten Temperglas. Und durch die gummierten Auflageflächen spürt man nicht einmal Vibrationen, wenn man direkt daneben sitzt. Und das ist für die gemeinsame Arbeit im Studio ganz wichtig. Hier entstehen 3D-Scans, das Rohmaterial einer komplexen Miniaturwelt für unseren nächsten Film. Und dabei werden unzählige Fotos gemacht und später digital zu einem texturierten Modell gerechnet. Und das alles generiert riesige Daten. Die Natur ist eben komplex und so profitieren wir von den schnellen SSD-Festplatten. Die Berechnung von so einem einzelnen Mesh kann auf normalen Rechnern Stunden dauern. Und mit unserer CPU in der Workstation haben wir das Ergebnis schon nach Minuten. Nvidia Studio sorgt dafür, dass wir die beste Leistung und Stabilität bekommen. In unseren 3D-Szenen sammelt sich äußerst viel Geometrie mit hunderten großer Texturen. 256 GB DDR4-Ram im Quad-Channel-Betrieb liefern uns hier genau das, was wir dazu brauchen. Unser Ziel ist es, die Szenen in Echtzeit zu bearbeiten. Und mit Hilfe von VR bauen wir Modelle und fügen alles nacheinander zu einem großen Miniatur-Set zusammen, in dem später die Szenen mit den Charakteren spielen. Das alles hat eine hohe Leistungsanforderung. Die GPU-Render-Engine harmoniert hier perfekt mit der Nvidia GeForce. Und mit dem Octane AI Denizer sehen wir jede Veränderung schon nach Millisekunden ohne Rauschen. Gemeinsam mit Nvidia Studio und den von uns genutzten Programmen konnten wir die XMG Workstation ideal ausnutzen. Funktionen verbessern, Wiederholungen reduzieren und insgesamt unseren Workflow extrem beschleunigen. Die Nvidia Studio-Treiber werden umfassend getestet. Das ist eben wirklich genau der Punkt. So, dass die Harmonie zwischen Software und Hardware immer funktioniert. Das ist eben das ganz Wichtige für uns, die Zuverlässigkeit. Das ist eben das Wichtige für uns, die Zuverlässigkeit. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020